Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute unterwegs auf der sechsten Etappe des Neckarsteigs. Startpunkt ist Neunkirchen und Ziel ist Neckar-Gerach. Die Tour hat etwa 18 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie diese Wanderung so ist, dann kommt mit. Guten Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Auch die Minneburg ist wegen Renovierungsarbeiten leider gesperrt. 2,5 cm Zudel 1,5 cm Zudel 1,5 cm Zudel 1,5 cm Zudel Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Noch etwa 3 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Ziel. Die Tour hat uns nicht gefallen.